Lilith, auch bekannt als der schwarze Mond in der Astrologie, hat eine bedeutende Rolle wie alle anderen Himmelskörpern und Planeten in der Astrologie. Das Besondere bei ihr ist, dass sie repräsentiert das Unterbewusste, das Verborgene in uns, unsere Schattenseite, denn Lilith steht für unbewusste Kräfte, unterdrückte Wünsche und Schattenthemen, Schattenseiten, die oft im Verborgenen bleiben und auch wirken und unser Verhalten beeinflussen. Wir haben ab heute Lilith in der Waage und wir haben bald Neptun rückläufig, Saturn ist auch rückläufig und das alles ist ein Grund, ein Video zu machen. Herzlich Willkommen in deinem Astrologie-Kanal, schön, dass du da bist, schön, dass du dir meine schriftlichen Beiträge liest und meine Videos anschaust. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, tu das jetzt, damit du keine Beiträge von mir verpassen kannst. Astrologie ist unendlich und ich bin da, um dir einige Dinge zu erläutern. Astrologisch gesehen symbolisiert Lilith die tiefsten und oft unangenehmsten Teile unseres Selbst, die wir normalerweise nicht wahrnehmen wollen. Sie weist auf Themen wie Macht, sie weist auf Themen wie Kontrolle, Sexualität und Unabhängigkeit hin. Wenn wir uns mit der Energie von Lilith, welche heute im Sternzeichen Waage eingetreten ist, auseinandersetzen, haben wir die Möglichkeit, diese verborgenen Aspekte von unserem Selbst zu integrieren und unsere innere Stärke zu entfalten. Meiner Erfahrung nach, da wo du den schwarzen Mond Lilith in deinem Geburtshoroskop hast, hast du ein Geheimnis oder du hast etwas, worauf du deine Aufmerksamkeit lenken solltest, denn da liegt eine besondere Macht, eine verstärkte Macht, die dir nicht ganz bewusst ist. Zum Beispiel, ich habe jemanden mit Lilith im zweiten Haus gesehen und dieser Mensch hat irgendwie es geschafft, Geld zu verdienen, seine Finanzen zu vermehren und seine Mitmenschen haben sich gefragt, wie hast du das geschafft? Ja, also das heißt, der Mensch hat irgendwie es geschafft, Geld zu bekommen, seine Finanzen zu vermehren, obwohl man sich nicht vorstellen konnte, wie er das geschafft hat, weil rein theoretisch alles dagegen gesprochen hat, dass er so viel Geld durch seine Tätigkeit machen kann. Aber Lilith ist eine verstärkte Macht. Es ist ein verborgenes Potenzial, was du in dir trägst und du hast das teilweise abgelehnt, bewusst oder unbewusst, vielleicht aufgrund von gesellschaftlicher Programmierung, aufgrund von kulturellen Komponenten, die du seit der Kindheit in der Gesellschaft verinnerlicht hast. Aber Lilith fordert uns auf, authentisch zu sein und unsere wahren Bedürfnisse zu erkennen und zu leben. Es geht dabei um die eigenständige, unabhängige Selbstentfaltung, die nur vollkommend sein kann, wenn du alle die Anteile deines Daseins annimmst, akzeptierst und umsetzt. Auch solche dunklen Anteile. Okay? In den verschiedenen Zeichen des Tierkreises zeigt Lilith an, in welchen Bereichen deines Lebens du mit diesen tiefen, oft unbewussten Themen konfrontiert wirst. Ihre Position in deinem Geburtshoroskop kann dir wertvolle Hinweise geben, wie du mit deinen Schattenzeiten umgehen und transformieren solltest. Nur dann hast du ein persönliches Wachstum, was vollkommen ist. Das ist die große Frage. Bist du bereit, deine schwarze Seite umzuarmen, wahrzunehmen, erkennen? Anerkennung ist wichtig. Selbstanerkennung. Und das verläuft unabhängig von gesellschaftlicher Ablehnung oder Akzeptanz. Wir haben ab heute, wie ich gesagt habe, Lilith in der Waage. Lilith in der Waage betont Themen wie Beziehungen, Gerechtigkeit, Harmonie und Ästhetik. Hier hat man viel Arbeit zu leisten bis Anfang des kommenden Jahres beziehungsweise muss man sich überlegen, inwieweit habe ich mich für eine Beziehung aufgeopfert, habe ich meine wahre Natur, um einen Frieden oder einen Scheinfrieden einzubehalten, geopfert. Menschen mit dieser Platzierung, also wenn du in deinem Geburtshoroskop Lilith in der Waage hast, sind oft sehr auf andere Menschen und deren Bedürfnisse fokussiert. Und genau das ist der Fehler, dass man den Fokus auf sich selbst vielleicht verloren hat, dass man die Neigung hat, sich für andere einzusetzen und sich selbst vernachlässigt. Solche Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach ausgeglichenen und fairen Beziehungen, können jedoch auch dazu neigen, und das muss ich auch sagen, ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten anderer zu vernachlässigen. Also hier muss man in dieser Zeit für mehr Fairness, für mehr Ausgeglichenheit sorgen, aber zuerst muss man diese Ausgeglichenheit in sich selbst finden, indem man alle Anteile der eigenen Seele einsammelt und sagt, ich habe nichts mehr zu verdrängen, ich muss nicht immer nett zu anderen Menschen sein, ich muss das nicht. Ich mache nur das, was ich machen will, auch wenn ich gesellschaftlich abgelehnt werde. Denn manchmal ist das das Beste, was einem passieren kann, abgelehnt zu werden. Denn dann hat man die Freiheit, zu den eigenen Inhalten zu kommen und zu gelangen, ohne äußerliche Ablenkung. Lillith ist der Grund, warum du jetzt solche Überlebungen haben solltest. Und heute, am 29. Juni, ist sie in der Waage. Sie bleibt in diesem Zeichen bis 27. März des kommenden Jahres, also 27. März 2025. Das Eintreten von Lillith in die Waage markiert das Ende karmischer Kapitel und befreit die Seelen vom Griff vergangener Verpflichtungen, sodass sie die transformative, sodass sie die verändernde Kraft neuer Verbindungen annehmen können, neue, bessere, fairere Verhältnisse mit den richtigen Menschen pflegen können. Dieser bedeutende Wandel erzeugt einen neuen Siklus im Bereich der Partnerschaften, der mit höherem Bewusstsein und erhöhter Achtsamkeit im Einklang steht und es den Individuen ermöglicht, in ihren Beziehungen ihren wahrem Zweck zu verfolgen. An dieser Stelle würde ich sagen, für jüngere Generationen bedeutet dieser Transit vom Lillith in der Waage, dass man Beziehungen mit einem erhöhten Bewusstsein, vor allem Selbstbewusstsein, auswählen sollte, um Wachstum und Entwicklung zu fördern. Wir wissen, dass Beziehungen entweder Lernprozesse sind oder kreative Ergänzungen sind zu den Prozessen, die man selbst gerade durchläuft. Also entweder sind die Menschen Lektionen oder Ergänzungen. Es gibt keinen dazwischen und deswegen, wenn man jung ist und vielleicht auch auf einer gewissen Art und Weise unerfahren, dann muss man sich hier Klarheit darüber schaffen, was will ich überhaupt in Beziehungen und was ist eine Beziehung letztendlich? Eine Beziehung ist ein Austausch von persönlichem Karmas, von persönlichen Inhalten auf der spirituellen Ebene. Das ist kein Spiel, Leute. Es ist kein Spiel, eine Partnerschaft, sich emotional mit jemandem tiefgreifend zu involvieren. Das hat seinen Preis und das müssen die Menschen, vor allem wenn sie jung und unerfahren sind, wissen. Ich würde auch zu den Menschen empfehlen, die vielleicht zu einer älteren Generation gehören, sich in dieser Zeit in der Lilis in der Waage steht, alte Verbindungen zu durchtrennen, wenn das notwendig ist, damit man vorwärts kommt, damit man sich weiter mit freien Händen, mit einem Gefühl der Leichtigkeit entwickeln kann. Das, was nicht mehr funktioniert, das musst du jetzt mit Lilis im Zeichen der Partnerschaften erkennen und dann musst du das loslassen, weil was bleibt sonst übrig. Dann bist du weiterhin abhängig, verletzt, etc. Positiv betrachtet kann es sein, dass man hier eine wunderbare Partnerschaft hat. Trotzdem muss man hier etwas überprüfen, muss man etwas verändern, ja, das muss man machen mit Lilis in diesem Zeichen bis März 2025. Der andere Aspekt, was uns gerade beschäftigt, ist die Opposition zu Neptun, welche Lilis gerade bildet, als sie im Zeichen Waage eingetreten ist. Neptun steht für Illusionen, Träume, Spiritualität, aber auch für Täuschung, natürlich auch das Unbewusste. Das heißt, es kommt vieles raus, gerade mit Lilis Opposition Neptun. Was meine ich damit? Dass die Wahrheit aufgedeckt wird, auch wenn diese verborgen wurde. Man muss jetzt ehrlich zu sich selbst sein in diesen Zeiten. Und eine Opposition zu Neptun kann Verwirrung, Unsicherheit und Täuschung in die betroffenen Bereiche bringen. Diesbezüglich ist es erforderlich zu schauen, was hast du in deinem Geburtshoroskop, wo hast du Lilis laufend, wo hast du Neptun laufend und wo ist Saturn rückläufig in deinem Horoskop. Saturn wird bald rückläufig sein. Darüber werde ich auch in diesem Video reden. Aber es kann eine gewisse Unsicherheit in Partnerschaften zur Zeit herrschen und es kann sein, dass irgendwas zu überprüfen gibt diesbezüglich. Es kann schwierig sein, Realität von Illusion zu unterscheiden, was typisch für Transiter vom Neptun sind und es besteht die Gefahr, dass man sich selbst oder andere zu sehr idealisiert. Das sollte man nicht jetzt machen. Man darf aber auch nicht zu kritisch gegenüber anderen sein. Es geht darum, dass man einen Ausgleich, eine Harmonie, das ist ja vage, findet, damit man bessere Verhältnisse, bessere Beziehungen pflegen kann. Wir haben verschiedene Auswirkungen von dieser Konstellation Lilith Opposition Neptun. Man könnte Schwierigkeiten haben, klar zu sehen, was in Beziehungen wirklich vorgeht. Es besteht die Gefahr, dass man Menschen idealisiert oder dass bestimmte Vorstellungen nicht mit der Realität im Einklang sind. Und hier spreche ich nicht nur von Liebesbeziehungen, sondern auch geschäftlicher Art. Das muss man sich auch merken. Alle menschlichen Kontakte, Beziehungen sind von diesen Transiten zur Zeit getroffen. Und Neptun hat auch mit Schmerzen zu tun, Verletzbarkeit zu tun. Das muss man sich gerade überlegen, inwiefern, inwieweit soll ich Grenzen setzen, um mich selbst zu schützen. Setze dementsprechend klare Grenzen, lerne deine persönlichen Grenzen zu erkennen und auch ganz wichtig zu kommunizieren. Und vielleicht können manche Menschen denken, ja, du bist ja egoistisch, aber es geht nicht um gut und böse, es geht um richtig und falsch. Und es ist wichtig, dass du dich selbst schätzt und darauf achtest, dass andere Menschen deine Grenzen respektieren, denn das Leben selbst ist eingeschränkt und wir brauchen immer Grenzen für alles, für das Gute, für das Schlechte und das ist hier erforderlich mit diesem Transit vom Lilith Opposition Neptun Lilith in der Waage also Astro Rebellin Astro Rebell Pflege deine Beziehungen bewusst nimm dir Zeit um deine Beziehungen zu überdenken und zu verbessern konkretisiere eine Harmonisierung in deinen zwischenmenschlichen Interaktionen nachdem du innerlich für mehr Gleichgewicht gesorgt hast nur dann hast du gesunde und erfüllende Verbindungen aber zuerst muss man ehrlich zu sich selbst sein Ehrlichkeit ist das wichtigste im Leben nicht gut und böse sondern ist man ehrlich oder nicht oder spielt man einfach nur eine Rolle an dieser Stelle frage ich euch möchtet ihr einen Astrologen haben der immer nur euch belächelt und haha und alles gut erzählt alles ist rosarot oder möchtet ihr jemanden haben der euch die Wahrheit erzählt schreibe bitte auf den Kommentaren du solltest auch selbst für Sorge praktizieren mit Lilis Opposition Neptun in diesen Seiten achte darauf deine eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen das ist sehr wichtig in Partnerschaften plane regelmäßig Zeit für dich ja für deine Bedürfnisse für deinen Spaß nicht immer nur an andere denken damit du dich entspannen kannst damit ein Gefühl der Leichtigkeit auftaucht und du letztendlich dich befreien kannst von all den Dingen die dich unterdrücken sei es Menschen sei es Situationen ja das ist Lilith Befreiung Unabhängigkeit und bitte sei authentisch so wie ich authentisch bin ja stehe zu deinen Überzeugungen und Werten lasse dich nicht von dem Wunsch leiten anderen zu gefallen sondern bleibe dir selbst treu und handle nach deinen eigenen Prinzipien das was vielen Menschen fällt heutzutage viele Menschen haben keine Prinzipien sie reagieren nur auf dem was passiert in ihrem äußeren Welten aber Menschen sind manchmal vernünftig und richten sich nach der Wahrheit und auch nach ihren Prinzipien wenn sie Prinzipien haben wir haben auch Neptun rückläufig Neptun wird rückläufig ab dem 2. Juli sein bis 6. Dezember dieses Jahres und das sind gute und auch schlechte Nachrichten je nachdem wo Neptun in deinem Horoskop ist je nachdem was du im zwölften Haus hast je nachdem wo du Fische im Horoskop hast etc. Aber man kann das Ganze positiv betrachten und ich kann dir sagen umarm diese tiefgreifende Phase des spirituellen Erwachens Neptun ist der Zugang zur Spiritualität zu übergeordneten Inhalten wenn das Universum dich zu wesentlichen Realitätstests führt dann kannst du dich gleichzeitig mit der spirituellen Welt verbinden und dich dabei leiten lassen sich den Tatsachen über eine bestimmte Beziehung ein Verhalten Muster oder Verantwortlichkeiten zu stellen wird zu transformativen kreativen Durchbrüchen führen die nützlich für deine Weiterentwicklung sind vertraue darauf dass diese Phase der Selbstreflexion eine heilige Wiedergeburt ist liebe Astro Rebellin die dich dazu drängt die Reise nach ihnen zu ehren und anzunehmen jede enthüllte Wahrheit die du in dieser Zeit findest bis Dezember ist ein Meilenstein auf dem Weg zu deinem höheren Selbst und erhält deinem Pfad zu unvergleichlicher Kreativität und göttlicher Inspiration wir vergessen nicht dass Neptun göttlicher Schutz auch betrifft Neptun ist der Zugang zu anderen Realitäten beziehungsweise zu Aspekten unserer Realität die übergeordnet sind und dementsprechend solltest du in diesen Zeiten erkennen dass diese Periode der Transformation was du gerade durchläufst tief mit der ewigen Exzents deiner Seele verbunden ist die dich zurück zur göttlichen Liebe führt Astro Rebellin Astro Rebell also es geht um deine Spiritualität und Spiritualität ist psychologische Arbeit Spiritualität ist innere Pflege Entwicklung deiner Intuition Verfeinerung deiner spirituellen Gaben das ist Neptun und Neptun ist rückläufig das heißt es gibt eine Zeit der Überprüfung der Reflexion der Innenschau das was ich immer euch sage und das ist jetzt ab dem 2. Juli am 2. Juli wird Neptun benannt nach dem Gott des Meeres und dem Planeten der Spiritualität Träume des unbewussten Karmas und all der mystischen Dinge bis zum 6. Dezember auf die Oberfläche bringen und du solltest in dieser Zeit deine Vorstellungskraft deine Empathie und Kreativität anregen aber es ist auch wichtig dass du einen inneren Ausgleich findest wie ich gesagt habe wir haben Lilith im Waage ok dementsprechend muss man hier eine gewisse Balance also Empathie ist wichtig aber du darfst dich nicht für andere aufopfern das ist auch schlecht und mit Neptun rückläufig kann deine Perspektive getrübt sein manchmal auf eine Weise die durchaus willkommen ist je nachdem in welcher Situation du bist aber in den meisten Fällen es ist besser wenn man genau weiss was man tut und vor allem wenn man diese Kraft von Neptun sinngemäß anwendet wenn du nichts mit dieser Kraft machst dann wird die Kraft mit dir etwas machen und die Kraft wird je nachdem was du im Karma hast agieren dementsprechend empfehle ich den Menschen diese Kräfte aktiv umzusetzen aktiv tief in eine bestimmte Richtung bewusst zu leiten und was ist Neptun Kreativität Kunst Spiritualität Innenschau und das führt zur Erkenntnis der Wahrheit wenn du noch nicht bereit bist die Fakten über eine bestimmte Sache Beziehung Situation ein Verhaltensmuster oder Verantwortlichkeiten zu akzeptieren ist Neptun der Planet der möglich macht dir selbst zu sagen dass alles in Ordnung ist man darf sich nicht verrückt machen man sollte sich manchmal auch beruhigen das was man nicht kontrollieren kann das sollte dich nicht beschäftigen und wenn Neptun rückläufig ist dann hast du hier eine Gelegenheit tiefes spirituelles Bewusstsein zu erlangen und auch ich würde sagen parallel dazu könntest du Realitätschecks durchführen wodurch du einige harte kalte Wahrheiten erkennen könntest das ist die Herausforderung bist du bereit dafür oder möchtest du dich weiterhin selbst anlügen und wir wissen dass Neptun sehr stark in diesem Zeichen in Fischer ist denn das ist sein Domizil da ist der Ort wo er seine vollste und wahrste Natur als Kraft als astrologische Kraft ausdrücken kann man könnte das Ganze auch so interpretieren dass wenn du kreative Talente hast spirituelle Talente ja kreative Talente hast und du vielleicht irgendwo Blockaden bis jetzt hattest dann kannst du jetzt diese Blockaden während Neptun rückläufig ist endlich beseitigen aber das geschieht nur wenn du eine neue Vision bekommst eine neue Inspiration erhältst und dafür musst du aber offen sein für diese neuen Botschaften vom Universum du musst selber dazu beitragen dich von jeglichen Blockaden zu befreien und das kannst du jetzt machen mit Neptun rückläufig bis Anfang Dezember und dann wenn Neptun wieder direkt läufig ist dann kannst du das was du dir vorgenommen hast im Bereich der Medizin im Bereich der Kreativität Kunst Spiritualität umsetzen dann kannst du wirklich gut arbeiten und gute Ergebnisse im Bereich des Berufes zum Beispiel erzielen wenn du dich kreativ blockiert fühlst erkenne dass eine Wiedergeburt im Gange ist liebe Astro Rebellin Astro Rebell und vertraue darauf dass diese Phase der Selbstreflexion zu grösseren kreativen Durchbrüchen führen wird Neptun ist aus der Planet der bedingungslose Liebe der Liebe die über unsere Beziehungen hinausgeht und mit dem ewigen Teil unserer spirituellen Essenz verbunden ist dies ist die Liebe die wir sind die wir inkarnieren und ich spreche nicht vom romantischen Liebe nur es geht um die göttliche Liebe es geht um die trassendentale Liebe und das musst du in dir selbst entwickeln erzeugen bevor du das überhaupt von anderen erwarten kannst während Neptun rückläufig ist können wir herausfordert werden diese göttliche Liebe zu praktizieren für uns selbst an erster Stelle nur dann kann man Liebe weitergeben und bereit sein Liebe zu empfangen wir könnten uns auch dabei ertappen dass wir die Grenzen zwischen dem erkennen dass wir alle Liebe sind und Liebe verdienen das müssen wir erkennen und das ist unsere größte Aufgabe mit Neptun rückläufig in diesem Zeichen aber wir haben auch Saturn rückläufig in den Fischen das darf man nicht vergessen wir wissen dass Saturn in einem veränderlichen Zeichen ist und das habe ich in einem Beitrag erleuchtet dass Saturn in dem Fischen ist und dass wir dementsprechend Spannungsaspekte haben zwischen Saturn und alle Himmels Körper oder Geraden im Geburtshoroskop welche im veränderlichen Zeichen stehen welche sind die veränderlichen Zeichen abgesehen von Fische wir haben Zwillinge wir haben Jungfrau und wir haben Schütze ja und das heißt Saturn wird auf jeden Fall auf jeden Fall Oppositionen Konjunktionen und Quadraturen zu allen Graden oder sagen wir mal so zu allen Planeten und Ecken die du in diesem veränderlichen Zeichen hast die ich genannt habe hier sind einige wichtige Punkte die dir helfen zu verstehen warum Saturn als schlecht ja sagen wir mal so als schlecht obwohl ich vermeide solche Begriffe schlecht oder gut das ist alles relativ ja letztendlich ob etwas gut oder schlecht ist es besitzt sich auf dein Horoskop egal was ich schreibe egal was ich sage letztendlich nur wenn man sich dein Horoskop auf der individuellen Basis anschaut nur dann kann man sagen was Sache ist und es ist auch die Frage wie haben sich diese Kräfte von Saturn bis jetzt geäußert und wie werden sie sich in der Zukunft äußern das hängt von deinen Konstellationen ab und ich kenne dein Horoskop nicht deswegen alles was ich jetzt sage oder schreibe das ist eine verallgemeinung nicht weil ich das will sondern das ist ja logisch dass jeder ein individuelles Horoskop hat und nur wenn man sich dieses Horoskop in allen Details anschaut kann man letztendlich beurteilen ob ein bestimmter Transit eher negativ oder positiv oder herausfordernd oder nicht herausfordernd sein kann aber wir haben Saturn rückläufig und was bedeutet denn das Saturn in der Astrologie wird als der Planet der Einschränkung Verantwortung Disziplin Verzögerung und Briefungen bekannt er wird oft als großer Lehrer bezeichnet der Lektionen durch Herausforderungen und Schwierigkeiten vermittelt Saturns Energie ist ernst konservativ und strukturiert was oft im Widerspruch zu den veränderlichen Zeichen steht denn die veränderlichen Zeichen sind veränderlich weil sie flexibel sind aber Saturn ist nicht flexibel Saturn kommt und sagt jetzt musst du für mehr Stabilität sorgen in dem Lebensbereich wo du Fische hast und wo Saturn gerade steht ok also die Zeichen Fische Jungfrau Zwillinge Schütze diese Zeichen sind flexibel anpassungsfähig aber jetzt müssen sie Veränderungen verkraften die herausfordernd sein können und Saturn ist bis 2026 in diesem Zeichen in Fische im veränderlichen Fische ja und wir müssen hier wie ich gesagt habe berücksichtigen dass Saturn Opposition Quadratoren zu diesen veränderlichen Punkten in deinem Horoskop bilden wird und das wird bestimmte Dynamiken im Gang setzen die darauf hinweisen dass du in dem Lebensbereich wo Saturn diese Winkel Beziehungen Aspekte bildet mehr arbeiten muss dich mehr bemühen muss bestimmte Dinge zu lernen oder bestimmte Erkenntnisse durch Herausforderungen zu erlangen wenn Saturn in einem der veränderlichen Zeichen steht und Aspekte zu den anderen veränderlichen Zeichen bildet bringt er diese Herausforderungen aber manche Herausforderungen sind sogar wichtig ja ich würde das Ganze nicht verteufeln man muss auch berücksichtigen welches Karma hast du ja wenn du dir dein Horoskop anschaust es gibt drei Häuser die besonders mit dem eigenen Karma verbunden sind und auch wenn du keine Planeten anscheinend keine planetarische Einflüsse in einem von diesen Häuser die ich nennen werde hast bedeutet das nicht dass du kein Karma hast ja natürlich hast du ein Karma und es gibt viele oder einige astrologische Kriterien die ich benutze um festzustellen welches Karma du hast auch wenn du keine Planeten oder Asteroiden oder andere sonstige Himmelskörper in diesen drei Häuser die ich nennen werde hast und welche sind diese Häuser 12 4 und 8 ich meine das ganze Leben ist ein Resultat von etwas und dieses etwas sind die unsichtbaren Ursachen die du gerade nicht vielleicht nicht wahrnimmst dein Leben ist eine Folge von etwas was in der Vergangenheit passiert ist in allen Ebenen auf der physikalischen Ebene auf den mentalen und spirituellen Ebenen und deswegen dadurch dass Karma Konsequenzen sind oder ist von dem was früher war dann kann man sagen das ganze Leben und somit auch das ganze Horoskop ist karmisch veranlagt aber diese drei Häuser sind besonders damit verbunden ich spreche von Karma weil Saturn betrifft dieses Thema und das sind Haus Nummer 12 Haus Nummer 4 und Haus Nummer 8 Haus Nummer 12 liefert Informationen darüber was hattest du im frühen Leben inhaltlich erlebt Haus Nummer 4 ist das familiären Karma Familien Karma das kannst du nicht ändern du kannst auch die Vergangenheit nicht ändern Haus Nummer 12 was früher war und dann haben wir das 8 Haus das ist das Karma was du in diesem Leben gesammelt hast oder dabei bist einzusammeln natürlich muss man nicht nur die Häuser berücksichtigen sondern Saturn ist auch ein Planet der mit Karma verbunden ist die Mondknoten natürlich der Mond auch Pluto auch aber wir sprechen jetzt vom Saturn und was kann diese Lage vom Saturn in Fische für Zwillinge zum Beispiel bedeuten Saturn kann die natürliche Neugier und Kommunikationsfähigkeit der Zwillinge einschränken in dieser Zeit was zu Gefühlen der Frustration und Begrenzung irgendwo in deinem Leben führen kann das kann mehr oder weniger der Fall sein je nachdem was du da hast bei Jungfrau ist das so dass ich meine wir wissen dass Jungfrau sehr kritisch sein kann und jetzt haben wir mit dieser Saturn Energie hier zu tun welche Oppositionen zu Jungfrau bildet und das kann dazu beitragen dass man in diesen Zeiten besonders kritische Ereignisse erlebt oder dass man in seiner Interaktion zu anderen Menschen besonders kritischer wird und auch verschlossener ich spreche jetzt von Jungfrau und was passiert mit Schützen Saturn kann die Freiheit und den expansiven Geist des Schützen einschränken was zu Gefühlen der Eingeschränktheit Eingeschränktheit und des Widerstandes gegen Begrenzungen führen kann lieber Schütze also anstatt dich dagegen zu wehren versuche deine Einschränkungen als Möglichkeiten zu sehen als Möglichkeiten innerhalb von bestimmten Grenzen dich weiter zu entwickeln anstatt dagegen zu kämpfen das bringt nichts lieber Schütze ok du hast ein gutes Humor das weiß ich also jetzt brauchst du wirklich viel Humor ja nimm das Ganze nicht so ernsthaft bis 2026 und Fischer naja was bringt Saturn Disziplin ja es bringt Disziplin es bringt Ordnung es bringt Realität du solltest erkennen was ist die Realität jetzt und vor allem dass du deine intuitiven Neigungen vertraust du bist ja intuitiv Fischer jetzt musst du aber deine intuition folgen lass dich nicht von anderen Menschen in eine Richtung lenken Mensch nimm Verantwortung nimm Autorität für dich selbst für dein Leben ok nur dann kommst du gut in diesen Zeiten voran und dementsprechend musst du hier zwischen Fantasie zwischen Vorstellung und Praxis und Realität erkennen ok also allgemein betrachtet kann man sehen dass dieser Transit vom Saturn in den Fischen und vor allem mit Saturn rückläufig in den Fischen trotz der Herausforderungen die Saturn mit sich bringt große Chancen bietet und auch große Möglichkeiten sich weiter zu entwickeln zu wachsen an den Herausforderungen heranzuwachsen und mehr Reife in irgendeinem Bereich des Lebens zu erlangen die Spannung die Saturn erzeugt kann die veränderlichen Zeichen dazu zwingen mehr Struktur Disziplin und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln was langfristig zu persönlichen Wachstum und Stabilität führen kann darauf kommt es an auf deine Sicherheit deine Stabilität also ihr seht es muss ja alles nicht negativ sein aber ich habe eine Warnung geschrieben eine Warnung in meinen schriftlichen Beiträgen ihr habt das gelesen und viele haben so reagiert du bist ja so negativ Mensch ich bin ja nicht negativ oder nicht positiv letztendlich das ist das Leben Yin Yang Tag und Nacht Astro Rebellen also das ist für heute was ich euch mitteilen wollte wenn du Fragen hast die du beantwortet bekommen möchtest intime persönliche Fragen ich bin da für dich erinnere dich bitte daran das ist ja mein Job dir Antworten anhand der Astrologie zu geben ok und ich bin nicht der Astrologe der nur das sagt was du hören willst sei vorsichtig denn es gibt solche Leute die sagen irgendwelche oberflächliche Aussagen aber es ist die Frage hilft dir das oder willst du jemanden haben der wirklich dir sagt was Sache ist du kannst dir die Bewertungen lesen von meinen Kunden ok in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit Astro Rebellin Astro Rebell und bis zum nächsten Video Outro 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 Untertitelung. BR 2018